ja heil und ich bin es wieder wir sind hier wie ein und und es ist wie ihr also wisst und morgen ist schon 2.12 was sehr schön die Sachen in die Kiste rein und es ist echt viel verraufend hier kommt Prozent ja da haben wir ein bisschen und trafisch die Wand jetzt ab so dann gucken wir gleich auf der Baum und die Verteile gewachsen sind ich glaub zwar nett aber kann ja möglich sein ne, nicht mit Stone ich muss mal gucken nehmen wir uns mal hier die 34 ich bin ich bin ich bin im Kopf ist ganz okay aus mit dem mit dem ich glaube das bringt auch nichts mehr mit dem wachsen hier fast fertig und haben wir noch irgendwas zum anpflanzen nein gut was brauchen wir noch erstmal sammeln wir den Stein hier ein und das ist ja mal gucken sind hier irgendwo Monster nein gucken wir mal oben nach das wäre ein sehr wahrscheinlich was Monster sein ist ja klar oder habe ich auf Piet vollstehen ne normal oh also bei uns im Haus in der Nähe sind jetzt keiner auf der anderen Seite ja da ist ein Skelett seht ihr es ja da es kann sollen uns jetzt zwar nicht besorgen das Skelett dann um hier die um gut dann geht hier schon noch nun lassen wir mal ein Leben und gehen jetzt pennen so die so so gut da sind wieder runtergefallen geil den damit er uns hier nicht kaputt macht k k k k k k k k im k 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 Dann bauen wir mal kurz den Kohler, den Kohler ab. Ich hab gerade eben schon mit innerbares Kohler gefroßen. Dann haben wir noch einen Lochner. Und eine andere Pickaxe. Hallo. Wie viel Kohle haben wir denn jetzt? So, 64 und nochmal 15. Ja, das flankt.